Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Es geht wieder um ein Rezensionsexemplar und das ist von Nena Traumantani. Ich hoffe, ich spreche den Namen so richtig aus. Fly and Forget heißt das gute Stück. Es ist der erste Teil einer Trilogie und hat 426 Seiten, hat vier Sterne von mir bekommen. Das Buch ist abwechselnd aus der Perspektive von Liv und von Noah geschrieben. Liv ist Journalismusstudentin und steht vor den Trümmern ihrer Beziehung. Das Ganze ist nach drei oder vier Jahren jetzt beendet und sie weiß gar nicht so richtig, wohin mit sich selber und ihrem Leben generell. Durch einen glücklichen Zufall bekommt sie ein relativ günstiges Zimmer in einer WG. Allerdings ist der Schock dann groß, als sich der einzige männliche Mitbewohner plötzlich als ihr ehemals bester Freund Noah erweist. Und Noah hat sie eben im Stich gelassen und fallen gelassen. Als es ihr am allerschlechtesten ging und seitdem herrscht zwischen den beiden Funkstille. Und der liebe und fürsorgliche, hilfsbereite Junge, der eben damals ihr Seelenverwandter war, hat sich jetzt völlig verwandelt. Also ihr kennt ihn kaum wieder. Er ist jetzt ein attraktiver junger Mann. Er ist ein Herzensbrecher, total arrogant und unverschämt. Und zeigt ihr auch deutlich, dass er sie in der WG nicht haben will und auch in seinem Leben überhaupt. Und ja, sie wittert jetzt halt eben die Chance, sich für all den Schmerz der letzten Jahre an ihm zu rächen. Denn als Journalismusstudentin arbeitet sie in der Redaktion ein Studentenblattes, glaube ich. Und sie soll jetzt einen Artikel schreiben darüber, wie man halt einen Frauenaufreißer mit seinen eigenen Waffen bekehrt. Und wer wäre als Testobjekt jetzt besser geeignet als Noah? Allerdings hat sie bei ihrem Plan ihre jahrelang sorgfältig unterdrückten und verdrängten Gefühle für Noah vergessen. Ja, was passiert, muss man natürlich selber lesen. Wie ich schon gesagt habe, das Ganze ist aus den beiden Perspektiven der beiden Protagonisten geschrieben. Und man hat einfach einen sehr guten Einblick in deren Gedanken- und Gefühlswelt. Und beide sind sehr, sehr aufgewühlt und sehr, sehr zerrissen. Und eigentlich ist von Anfang an klar, was jeder von beiden möchte. Man muss auch sagen, dass die beiden sich eigentlich darüber bewusst sind, dass sie sich vielleicht auch nicht unbedingt eingestehen wollen. Und generell sind dort halt auch einfach einige Hindernisse. Ich finde beide super sympathisch. Ich konnte mich in beide sehr gut reinversetzen. Also diese Emotionen sind auf jeden Fall sehr, sehr gut rübergekommen. Allerdings muss ich sagen, ich hätte beide einfach regelmäßig sehr gerne einmal durchgeschüttelt. Denn so viele Probleme hätten sich einfach so einfach lösen lassen. Natürlich hätten wir dann dieses tolle Buch nicht bekommen und keine spannende Geschichte. Das ist natürlich klar. Aber es war einfach so ein ständiges Hin und Her, ein wenig unnötiges Rumgezicke. Und Konflikte waren da, die eigentlich nicht hätten da sein müssen. Und als Leser habe ich zumindest sehr, sehr schnell einige Konflikte eben auf uns zukommen sehen. Also es war mir eigentlich von Anfang an klar, so wie die das beide geplant haben, kann es einfach nicht gut gehen. Dementsprechend war das jetzt nicht so wirklich unerwartet, sage ich mal. Und tatsächlich muss ich sagen, dass auch das Ende und die Auflösung der Geheimnisse und dem, was halt damals passiert ist und was das große Problem eigentlich ist, auch diese Auflösung war für mich nicht komplett unerwartet. Auch das habe ich mir relativ schnell so auf die Art und Weise oder in die Richtung zumindest denken können, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet habe, wann diese Auflösung dann endlich kommen wird und ob ich recht habe. Was auf der einen Seite irgendwie ein bisschen schade ist, weil es halt irgendwie vorhersehbar war. Aber auf der anderen Seite hat es mich natürlich trotzdem unterhalten. Und wie gesagt, ich fand es halt sehr, sehr emotional und teilweise auch sehr, sehr tragisch. Und diese Gefühle von den beiden kamen einfach für mich persönlich sehr, sehr gut rüber. Ich konnte es auf jeden Fall mitfühlen. Was ich aber sehr, sehr toll finde auch an diesem Buch sind einfach auch die Nebencharaktere. Denn, ich habe ja schon erzählt, sie bekommt eben einen Platz in der WG von Noah und da leben natürlich noch andere. Auf der einen Seite Mathilda und auf der anderen Seite ihre beste Freundin Briony. Spricht man diesen Namen so aus? Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Und die beiden sind einfach total toll, finde ich. Also sie sind einfach total charmant und witzig irgendwie. Sie passen total gut zusammen, so als Freundin gespannen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch sehr unterschiedlich. Also Briony ist halt irgendwie eher so ein bisschen zurückhaltend, vernünftig, würde ich sagen. Sie ist eben Schauspielstudentin und Mathilda, die studiert Psychologie und sie ist halt einfach total quirlig und sie sagt einfach immer genau das, was sie auch denkt. Ist immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet, gerade eben auch gegenüber Noah und einfach das ganze Zusammenspiel irgendwie zwischen den fünf, sage ich jetzt mal. Also einmal eben Briony, Mathilda, Noah und auch Liv. Und der fünfte im Bunde ist dann halt eben noch Anthony. Anthony ist der beste Freund von Noah. Und er ist halt immer für ihn da, auf den ist einfach komplett Verlass. Und ich finde einfach, diese fünf Charaktere sind jeder für sich einfach irgendwas Besonderes. Die sind alle ganz, ganz toll. Und über zwei davon hat man jetzt halt eben schon richtig viel erfahren, eben über Liv und um Noah. Und jede der beiden anderen Mädels wird halt eben auch ihre eigene Geschichte bekommen, die natürlich beide auch ordentlich schon angeteasert wurden in diesem Buch, sodass man richtig neugierig ist, was da wohl hinter steckt und was da kommen mag. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Alle drei Teile werden auch noch dieses Jahr erscheinen. Und da freue ich mich sehr. Natürlich wird auch Anthony in diesen Büchern noch eine Rolle spielen. Und bestimmt wird man auch noch erfahren, wie es dann mit Liv und auch mit Noah weitergeht. Also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich mag einfach solche Geschichten immer, wo viel Drama dann noch ist. Irgendwie auch Herzschmerz. Und das kommt hier auf jeden Fall nicht zu kurz, würde ich mal sagen. Auch wenn das Drama teilweise unnötig war. Aber auch das ist ja in solchen Büchern manchmal so. Und viel Drama und viel Herzschmerz, gerade eben was den Teil aus der Vergangenheit eben angeht, der ist halt eben auch nicht unbegründet. Also es ist halt schon sehr tragisch. Dementsprechend hat es mir echt gut gefallen. Ich freue mich auf die nächsten Teile. Habt ihr das Buch schon gelesen? Wenn ja, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.